Einbruchshemmende Türen, Fenster und Rollläden vom Fachmann. Ihre Hellraum-Fensterbau GmbH und Integrationswerkstätten beraten Sie gern. In den meisten Fällen führt der Weg für Einbrecher in ein Objekt über das Fenster oder die Türen im Erdgeschoss. Wenn Sie sich davor schützen möchten, dann können Sie hier einige wirksame Vorkehrungen treffen. Mit geeigneten Rollläden kann bereits viel erreicht werden, denn Sie setzen Langfingern wirksamen Widerstand entgegen. Folgende Kriterien sollte ein sicheres Rollo erfüllen. Ein sicheres Rollo sollte mit einem Aluminiumpanzer versehen sein und im Kasten eine Hochschiebesicherung verbaut sein, wie hier zu sehen. An vorhandenen Rollladen einfach zu installieren sind solche Hochschiebesicherungen. Mit dem Eimo der Hochschiebesicherung verhindern wir, dass der Rollladenpanzer nach oben geschoben werden kann. Der verklemmt sich und in dem Moment kann man nicht weiter hochschieben. Maximal 5 cm bewegt sich der Rollladen nach oben. Zusätzliche Sicherheit kann eine automatische Steuerung bringen, die zu bestimmten Uhrzeiten oder je nach Helligkeit öffnet oder schließt. Mit einer Urlaubszufallsfunktion versehen. Das heißt, der Rollladen geht um 10 Uhr nach oben, um 11 Uhr, 12 Uhr, je nachdem. Da werden verschiedene Szenarien eingestellt, sodass man von außen nicht sehen kann, ist der Bewohner zu Hause oder ist der Bewohner außer Haus. Die weitere Möglichkeit ist eine Sicherungsskala. Damit verriegelt man den Panzer und hier kann man auch gewahrleisten, wenn der Rollladen auf Lüftung ist, dass der Rollladen nicht nach oben geschoben werden kann. Je mehr Kraft der Einbrecher aufbringt, umso schwerer wird es das überhaupt zu betätigen. Also wir können für jeden Typen von Rollladen, das können wir nachrüsten, Terrassentüren, Aufsatzkästen, Vorsatz-Elemente, also für jeden Rollladen können wir den entsprechenden Motor liefern und das ausrüsten. Beratung, Einbau und Service vom Fachmann. Die starke Gemeinschaft macht es möglich. Die Firmen Hellraumfensterbau und Integrationswerkstätten freuen sich auf Ihre Anfrage.